Ich bin wieder da. Ja, okay. Scherz, es gab ganz lange keine Videos mehr. Hier ist ein neues Video. Also, ich wollte ein Facebook-Video machen am Halloween mit meinem Freund. Das ist der zweite Admin von diesem Kanal. Und ja, in unseren Kostüms planischerweise sollte er sich vorher schnell verkleiden. Ich möchte ein Geisel, aber ich weiß schon, wie er sich jetzt verkleidet. Weil er keine Lust hat. Ich werde ihn aber zwingen. Hahaha. Ja, wie gesagt. Ich bin froh, ein neues Video zu machen. Weil nach so einer langen Zeit. Ja. Aber mein zweiter Account bleibt auch nicht ohne Videos. Da poste ich regelmäßig Videos. Also, schaut da gerne mal vorbei. Und ja. Ja, was kann man noch planen? Facebook-Video geht ja am 31. Also am Halloween. Ich mag da auch eine Halloween-Party. Mit meinem Freund. Vielleicht machen wir etwas alle zusammen. Für ein Video. Und ja. Ich versuche, damit sich die meisten als Fahrer besser hat. Die eine wollte sich als Blaustern verkleiden. Aber auch wenn ich mein Kostüm bekomme, kann ich auch gerne ein Facebook-Video machen. Tschüss. Ach, ich versuche jetzt, um ein paar Edits zu posten. Keine Ahnung, ob ich das schaffe. Und wenn ich das schaffe. Ich versuche jetzt, die vier, die vier, die vier, die vier Jahre altze. Ich versuche jetzt,